Hallo Leute, heute möchten wir euch nochmal unser McFeed Event vorstellen und darauf hinweisen, dass ihr auf alle Zahlen reich kommt. Erstmal, was ist McFeed? Ist eine spezielle Art des Paintballs, wo nicht mit Hopper gespielt wird, wie man es kennt, sondern mit Magazin. Ist von der Spielweise her etwas anders, weil im Hopper habe ich rund 180 Paint drin, je nach Modell mal mehr, mal weniger. Es geht um die Schussfolge, dass ich doppeltriggern kann, dass es schnelle Schussfolgen gibt und den Gegner niederzuhalten. Das ist bei McFeed ein bisschen anders gelöst. Dort haben die Markierer ein Magazin. Hier würde ich zum Beispiel die Paint jetzt reinfüllen, gehe in 8 Schuss rein und ich würde natürlich ein bisschen anders spielen, weil ich halt nur 8 Paint geladen habe. Entweder brauche ich mehr Magazine, dass ich auch wieder mehr Paint habe. Also allgemein ein etwas taktischeres Spiel. Macht auch am meisten Spaß, wenn alle McFeed spielen. Deswegen wird es auch ein reines McFeed-Only Event werden. Das heißt, wenn ihr teilnehmen wollt, braucht ihr einen Markierer mit Magazin. Das Event selber wird am 06.10. stattfinden. Ab 10 Uhr ist die Anmeldung und in der Dortmunder Straße 10 04357 Leipzig bei uns in der Area 13. Wir werden einige Missionen für euch vorbereitet haben. Das heißt, es wird ein Missionsspiel werden, wo auch Gegenstände verwendet werden können, die zur Mission passen. Genauso wie Spielleiter, die mit auf den Feldern vor Ort sind und für einen runden Ablauf sorgen. Ja, wenn ihr euch anmelden wollt, entweder telefonisch beziehungsweise per WhatsApp unter 0173 15 25 251 oder per E-Mail unter Kontakt mit C geschrieben at area13-leipzig.de. Auch könnt ihr euch bei uns auf der Facebook-Seite anmelden. Dort haben wir jetzt eine Veranstaltung erstellt, wo ihr einfach auf Zusagen klicken könnt. Wenn noch Fragen sind, schreibt es gerne in die Kommentare, beantworten wir dann. Und dann sehen wir uns alle am 06.10. Da gehört die Area 13 komplett den Meg wieder.